Eine Million FIFA Points habe ich aufgeladen. Und das ist das Eine-Million-FIFA-Points-Pack-Opening. Was zieht man daraus? Wenn es euch gefällt, Freunde, lasst am Ende gerne ein Däumchen da. Und kommentiert, was euer bester Pull war dieses Jahr. Abonniert diesen Kanal für mehr unglaublich unnötigen Bullshit und Livestreams und so weiter. Und in dem Sinne, viel Spaß mit einer Million FIFA Points, Mann. Wieso lade ich eine Million auf, Mann? Wer gibt denn so viel Geld aus? PSN-Codes trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstesten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. N-A-G-K-P-A Für Rabatt. Link in der Beschreibung. Ihr don't know. Ehrenleitbot. Fährt der rein? Fährt der rein? Der fährt rein? Ist das ein Walkout? Das muss ein Walkout sein. Das ist Cavani, oder? Hier we go. Erster Walkout in FIFA 20. Ah, ich fall auch in Ohnmacht, Mon Amour. Ich fall auch in Ohnmacht, Mon Amour. Aber der neue Laden, der ist echt korrekt, der Kerl. Der hat gesagt, ey, wenn du Tabak brauchst, ich besorge ihn dir. Und ihr wisst ja, was mein Lieblingstabak... Oh, der geht rein. Ist das ein Walkout? Nee. Oder? Das ist ein Walkout, oder? Das ist ein Walkout! Auch wenn, Alter, Viral echt scheiße ist. Aber here we go! Ich hab grad nicht auf die Lampen oben geachtet. Das müsste eigentlich Gareth Bale sein mit dem Golfschläger. Hashtag Gönjamin ist full. Let's go! Pusch dich hier, ey, bitte! Gib mir den Walkout, komm schon. Oben nur die Leitlisten. Ja, das ist gut, nur die Linke. Das ist ein Walkout. Das ist ein Walkout. Das ist ein Walkout. Das ist Casemiro. Let's go! Let's go! Und jetzt seht ihr wieder, wie so ein 5K-Pack aussieht, ne? Das ist schon wieder ein Walkout! Das ist schon... Frankreich, komm schon, komm schon. Kanté. Das ist Kanté! Das ist Kanté! Das ist Kanté! Das ist Kanté 89! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ja! Ja! Meine Stimme ist weg, aber es ist scheißegal. Ja! Wie sammelt man denn jetzt eigentlich die XP bei FIFA dieses Jahr? Oh, Walkout! Oh, Walkout! Oh, Walkout! Oh, Walkout! Wer... Das ist Bobby Firmino! Das ist Bobby Firmino! Das ist Bobby Firmino! Der ist für Boss, jo! Eheh, 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 eheh! Eigener Merchant! Jumbo Premium Gold Pack! Läuft vielleicht auch kurz jetzt pervers, man! Gib mir den Walkout, man! Ach, kein Walkout! Der geht aber raus, aber kein Walkout! Schade! Jawohl! Das ist 40k! Boom! Let's go, Dembélé! Weil das ist jetzt eine brutale Walkout-Escalation. Das ist wirklich ein Walkout! Das ist ein Walkout! Das ist die Erlösung! Das ist ein Walkout! Das ist Mats Hummels! Das ist noch ein Walkout! Let's go! Ach, du Scheiße! Ah, Meise! Da ist er! Da ist er! Und dann so eine Scheiße, Alter! Gib mir doch ein neuer Inform oder so! Wenn ich mir jetzt hier Exes hole, gelten dann die 10 Stunden und allgemein nur noch 2! Dann gelten die 10 Stunden ganz normal! Dann hast du 10 Stunden Zeit! Oh, der geht durch! Der geht durch! Aber kein Walkout! Oder? Gar nie! LOL! Walkout! LOL! Gar nicht drauf geachtet! Der geht durch! Der geht durch! Who is that? Robertson! Jawohl! Stabilo! Der ist Safers wert! Alter, war es nicht! Ganz ehrlich, Chad! Ist das eine Dampflok oder ist das eine Dampflok? Was für Ultimo mit seinen Köpfen! Timo Kopf immer so gut! Ja, wahrscheinlich! Alter! Meine guten Köpfe, die kommen nach Steinikopf! Ich muss ja echt sagen, Timo baut auch gute Köpfe! What? 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 Komm schon! Komm schon, Baby! That would be so great! War wieder ein Walkout! Es war lang heute keiner mehr da! Walkout! Walkout! Schreibt jetzt eure Rating Prediction in den Chat rein! Oh! Leider ist es schon blöd, ne? Ist schon blöd! Dass die 88 im Chat automatisch gesperrt ist! Also das heißt, keiner hat gewonnen! Es hat einfach keiner gewonnen! Weil die 88 automatisch aus dem Chat gelöscht wird! Ja, Walkout! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! La Cassette ist ein Walkout! Aber nehme ich mit! Mal sehen, was der Wert ist! La Cassette ist eigentlich immer ein bisschen was wert! Oh, Baby! Oh, Baby 100k! Geiles Ding! Stabiles Ding! I like that! Was ist der? 40k oder so, Chat? 40k? Ach stimmt, wir können Zen schon noch verkaufen! Der ist bei 50k! Ja, ich denke schon, dass der ein bisschen steigt, aber auch nicht so viel! Der ist gut aus! Doch, kein Walkout, Mann! Let's go! Das ist kein Walkie Walkie Talkie Walker! Walk it, laka, talk it! Das ist nah an einem Walkout dran, wegen Name und so, wie ich, wie ich lebe! Der ist safe was wert! Der ist safe 50k, 60k, oder? Oh yes, Baby! Oh yes, Baby! Oh yes, Baby! Oh, nice! 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 Oh yes, Baby, nice! Im Player Pick! Aber da müssten wir echt noch Division Rivals spielen, aber dafür habe ich ja gar kein Team! Dafür habe ich nix Team, Nico! Nix Team! Ich nix Team! Ich nix gute Team! Ich nix gute Team! Oh, nice! Nice, 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 nice! Eater! Martin! Wenn ich mir am Mittwoch die Ultimate-Version auf PC hole, kann ich dann direkt zocken? Ähm, ja, glaub schon! Ich würde sie jetzt schon vorbestellen! Komm schon, sein Walkout, bitte! Dann kannst du sie halt schon vorher downloaden, Digga! Komm schon, Innenverteidiger! Komm auch! Jaworski! Die Coins nehmen mich auf jeden Fall mit! I'll take that, Coins! Können wir gerne supporten! Direkt gelistet, der alte Boy! Oh, das habe ich ganz vergessen, heute zu nehmen! Oh, komm schon! Da ist der Walkout! Ja, Baby! Ja, Gunners! Derea! Derea! Booyah! Let's go! Geil, Alter! 90k, immerhin! Ich nehm's mit! Unter 80! Danke übrigens für dein... Für deine... Für dein, ja? Dass du mir so vertraust! Vielen Dank! Vorhin hat er auch mit einem Fehler direkt gestartet! Vorhin hat er auch mit einem Fehler gestartet! Es ist immerhin Douglas Costa, wo der sagt... Könnt ihr, Bruder? Dankeschön! Nochmal ein Walkout, bitte! Ja! Da ist er! Das ist die Icon, oder? Bitte, LF! LF! Das ist Haza! Das ist Haza! Das ist Haza! Das ist Haza! Tika! Nein! Das ist Haza! Ja! 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 Ich bin der Küsik! Ja! 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 Fucking Haza, Baby! Huuu! 600k! Das ist der neue Top-Pull des No-Hat-Gamings! Und Boss wird sie direkt Kante hinterher! Lass uns die Diskussion gar nicht erst anfangen mit irgendwas! Kommt schon! Walkie-talkie! Walkie-talkie! Yes, Digga! Ja! LLF! Bitte! Digga, ich... Aber ganz ehrlich, ich hab's erst gar nicht geglaubt! Wär's ne mal gewesen, dann wäre mein Herz quasi wirklich ins Arschloch reingerutscht! Ich hab's erst... Ich hab... Ich wollte gar nicht erst auf den Trichter kommen! Wirklich! Einfach Doppelpunkt-Stadium-Doppelpunkt! Könnt ihr auch schreiben! Oder halt bei den... Bei den Emotes gucken, die es zur Auswahl gibt! Komm schon! Lauf rein, Junge! Ja! Walkout! Das ist ein Walkout, oder? Das ist ein Walkout! Huuu! Bitte Barcelona! Ja! Ja! Die nehm ich mit! Küsst den Asphalt, Junge! Küsst den Asphalt! Das war ein Respekt-Zoller, Digga! LV! Halla Madrid! Halla Madrid! Marcelo! Kann man mit sich selbst mal abklatschen! Der Y-Xer, komm! First Walkout of the Day! Yes! Oblak? Really? Really? Oblak? Aber okay, nehm ich mit! Keine Ahnung! Die Torwerte sind halt leider... Die würden maximal 20 bis 30 kosten! Marvin mit nem Sub! Dankeschön! Dann kommt jetzt erstmal der Walkout des Tages! Yes! Ramos! Digga! Boom! 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 Today is a good day! Eifel! Nein! Mann! Komm! Bitte, Ölöf! Ederson! 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 How much is the fish? Komm rausgeran, Bratucha! Lass dich fallen! Angesetzt! Nee! Nicht mit mir! Galma! Galma! Ach, der sagt! Kein Depp beim Jubeln! Und nicht schüchen beim Jubel! Das ist also die Geschichte hinter dem Walkout! Wow! Auf geht's! Let's go in the stadium! Ja! Der geht ins Stadion! Und am besten mit dem Walkout! Yeah! Let's go, Ramos! Let's go, Ramos! Piqué! Wie oft noch der alte Piekfetze! Der alte Piekfetze Piqué! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Komm, beim nächsten streamenden Toiletten-Counter! Maul, du bist! Willst du nicht, Mann! Warum willst du das nicht? LV! Oh, 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 oh! Oh, Baby! It's Ripple, Baby! Jeremy, auch Neuros! Ich habe ein Pogba gezogen! Steigt vom Preis! Oh, warte kurz! Ja! Walkout immerhin, yeah! Vor dem Dings dann! Da gehen wir schon mit 12 oder sowas online! Der Kopf drückt gerade echt brutal, Alter! Was ist denn da los? Das war nur... Das habe ich gar nicht erkannt! Bitte gönn endlich... Ja! 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 Oh, nein! Da ist er! Nein! Er ist da! Er ist da! Er ist da! Ich habe so lange... So lange... So lange war ich... Habe ich ohnehin ausgehalten und im Zelt-Trikot kommt er auch noch rein! Das tut brutal weh! Jeremy, ich stehe das wirklich! Das ist geil aus! Gefällt mir! Oh, der geht wieder ins Stadion! Wir nehmen schon wieder eine kurze Stadion-Tour! Ja, aber... Oh, 15k! Nimm mich mit! Very nice! Von Dry, go it in, man! Forgevi und 14DevilBernardWannaCry! Danke für den Sub! Die Icon widme ich euch! Ja, Walkout! Portugal! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich dachte gerade, der Shepard heute noch auch bei mir! Kurz gedacht, der Shepard auch bei mir! Komm schon! Und jetzt ein Ronaldo! Das wäre absolut perfekt! Das wäre jetzt brutal! Der geht sogar rein! Santiago, Bernabeu, Beste! Komm! LF! MS! Das ist Mertens! Immerhin! Immerhin! Baby, let's go! That's what I need! And nothing else matters! Der geht rein! Ja! Brasilien! Elf! Casimiro! Fabinho ist gut! Das ist nicht Fabinho, das ist... Fernandinho ist gut! Ist gut! Fabinho... Fabinho ist get Walkout! Nice one! Nice! Ja! Das ist Müller! Aber ich muss sagen, es sieht schon geil aus, wenn wir da rauslaufen, ne? Wieder rein! Komm, jetzt! Ja! Oblak, bitte Oblak! Jawohl! Highest Rated, Digga! Highest Rated heute! Das ist mal mit Hazard mein Highest Rated bisher! Doch, bei den nächsten fünf Backs, dann kriegst du 500 Euro, wenn das stimmt, Maximilian! Übertreib mir, der geht rein! Ja, kann ich auch, kann ich auch, ja! Komm, Walkout! Mmm! Einmal mal Walkout! R-R-M-R-M-R-M-R-M-R-M-R-M-R-M-R-M-R-M-R-M-R! Let's go! Im Real-Trikot! Ne, zwei... Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüühüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü magnificent its moral loh du Hurensohn oh mein Gott oh mein Gott warum denn schon wieder warum denn schon wieder man Der geht rein. Komm schon, komm schon. Ja! Obamian! 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 Juhu! Das Real-Trikot ist bisher am besten heute. Oh, Baby! Oh, Baby! Ich glaube, warum der den verkauft, war der anscheinlich nicht so gut oder was? Der geht wieder rein. Und jetzt noch eine Icon hinterher. Oh, schade. 60 Kpp! Oh! Den Road to Zidane! Die Arsenal-Gang kommt rein. Der geht schon wieder rein. Der gönnt gerade an, nochmal. Ja! Bitte! Wasser, Wasser, Wasser! Blitt! Egal, trotzdem Workout. Wie viel kostet der? Ich weiß nicht, 20, 30 K oder so. Aber immerhin, gerade ist der heiß. Baba, er geht rein. Was ist das? Jo, Digga! Kudin! Äh! Doch, Kudin, der ist gewechselt! Aber der ist nichts wert. Ja, Digga! Egal, glaube ich. Schon ein Power-Offer. Ja, das ist seitdem du da bist. Ohne Witz! Arinak, was geht? Abraham Lincoln! Ist der was wert? Der ist ein Transfer. Ja, aber... Den gab es erst nicht zu ziehen, weil der infam war. Ah, 1-3. Oh, Eder. Der ist nicht Wons-to-Watch gekommen. Dann ist Zeit Maximisch umgekommen. Der da als erstes Wons-to-Watch-Ziel ist was? Kommt schon. Ist ein Biest. Nein, nein, wir machen ein kleines Battle, oder? Handschlag. Aha, Handschlag, okay. Nee, Verlierer muss den Fugger verlosen. Verlierer verlosen Fugger. Ah, Freunde, ich würde sagen, wir können mal ein Level-up-Shaker mit Geschmackswahl verlosen. Oh, 30 Kfels, aha. Maschinenshow, Alter. Komm. Ja, Walkout. Walkout. Oh, 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 oh. Handschlag. Nein, ich habe weggedrückt, ich habe weggedrückt. Hätte ich früher wegtricken müssen? Ja. Das Klinge-Dings wurde schon angezeigt. Ja, komm, das ist mein Ding. Ah, der war vorne drauf. Müssen die selten sein, nee, ne? Hm, ähnlich mal wieder. Und jetzt, komm. Walkout. Deutschland. Oh, Kimmich. Ja, geht aber klar, komm. Immerhin einen Walkie-Talkie. Komm, der geht rein. Icon, baby. Warum klopft die nicht an, Mann? Warum klopft die nicht an? Wir könnten fast Dinge kaufen. Oh, Lukas. Oh, Maschine. Der ist aber bestimmt 10, 20 K, oder? Der ist bestimmt ein bisschen was. Simo schreibt, die China-Hütte boomt. Ich sage, der ist im Casino. Boah, wenn es assi. Oh, 40 K für Lukas. Huh. Mein. Ist aber noch keiner von uns ein OTW, Alter. Mein Account ist wirklich lost. Mein Account ist einfach nur L-O-S-T. Oh, war wieder nicht. Ja, wow, wow. Sorry. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist er. Ja, Digga. Da ist er. Bam, da ist er. Oh, la, wie ihr Hände. Yes. Der schmeckt. Porn-Means. Oh, warte, warte. Oh, oh. Gibt uns mal ein bisschen Peklack-Spam. Wipps, zeigt mal, was ihr drauf habt. Auch ihr könnt den Chat voll ballern. Komm schon. Push den Laden. Ja. Oh Gott, das ist er ja schon. Nein. Wow. Oh. Boah, heute geht er aber ab, die Olga. Damn, Junge, was ist da los? Uh, 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 uh. Oh, der geht rein. Jetzt die richtige Icon. Ja, voll, Walkout. Bitte Suarez. Mann. Ich würde auch gerne mal wieder ein Walkout sehen. Oh, der geht wieder rein. Digga, was ist bei dir los, man geht bei uns. Ja. Das ist ein guter Walkout, Digga. Oh, oh, ja. Ich dachte, sie werden ready. Immobile. Aber die Walkout-Party. Walkout-Party. Die VIPs, haut mal hier die Emotes rein. Ich muss sehen, was Benji so abgefallen. Geht er rein? Ja. Oh, Walkout. Ja. Wer ist das? Grisland. 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 Da ist er. Da ist er. Heute ist es Parmasatta da. Scheiße. Ja. Mach euch Auge. Ja. Die Augenbrille auf. Soll ich dich kurz aufhören? Da sind sie. Da ist er. Alter, auch noch Grease, Mann, Digga. Auch noch Greasey. Es liebt. Er zieht auch noch eine Pistis. One-to-Watch-Workout. Wer ist es? Er geht schon wieder durch. Schade. Ja, Tisi hat Kobe. Kobe Bryant-Ride. Oh, stark, Digga. Oh, Rashford. Erstes Mal. Der ist auch noch seit der 50, 60, 70. Es liebt. Fahrwasser. Oh, ich sehe schon aktuell. Ich rieche auch einen Furz nebenbei noch. Eierfurz schon wieder. Angst. Ist es deiner? Nee, ich habe keiner rausgeschossen. Das Wasser läuft so langsam unten wieder auf den Boden. Oh, dann geht schon wieder rein. Oh, Walkout. Fahrmann. Oh, ich guck. Das ist nichts Besonderes, ich merke es. Ey, ich weiß noch, bei mir ist auch nichts Besonderes. Alle, der einfach rattert. Ich glaube schon, I can bring me. Digga, Elias hat genauso viel reingesteckt wie ich. Und der hat viel mehr Münzen. Ich verstehe es nicht. Ja, der hat halt alles direkt runtergeschnuppert. Du musst alles drauf wegballern. Jawohl, Goretzka. Er wird allein erneut für sechs Minuten. Oh, Goretzka. 30k, nice one. Wollen wir eine kleine 25k-Pack-Mittelrunde machen? Können wir machen? Ich habe jetzt schon eins geöffnet. Dann kommt rüber dann genau vier da. Dann können wir ja keine Klatscherrunde machen. Du sollst rüberkommen. Ach so, das streamst du ja auch. Oh, 85 Asylen, nice. Heute hatte ich tatsächlich eine angesprochen wegen Abrunde. Dieser kleine Junge, der blonde. Mhm. Ehrenmann. Und jetzt sehe ich eine Icon dafür. Sieg der Regatet. Noch kein Walkout. Kein einzigen. LM. Ja. Ja. Wie nass ich zu? Philippa Andersson. Erster Walkout des Tages. Auf Ansage. Ja, Pjanic. Leck mir doch die Kuppe. Halsmaul. Wirklich Pjanic. Erster Walkout des Tages. Das ist Pjanic. Mods, seid ihr noch da? Oh, der geht rein. Mills. Sancho. Rashford. Oh, nice. Bubu-Packs in den Chat, Freunde. Es geht los. Champion. Venerbahce. Komm. Gib ihn mir. Ja. Ja. Embertens. Komm, Mann, Digga. Der ist 80, 180. Ja. Ja, Mann. Nice. Nice. Das krieg ich, wenn ich jetzt eine Icon ziehen, den Pack. Ich bin eine richtig fette Backpfeife, okay? Okay. Aber die kommt sowieso nicht. Bitte, lieber Gott. Walkout aber, was keine Icon. Aber mal... Och, Mann, ey. Scheiß. Bitte, Kellini. Bitte, Kellini. Bitte, Kellini. Ja, immerhin. Oh, Lieferung. Lieferung ist da. Oh, das ist die Icon. Ich gehe rein. Ich gehe rein in den Lachs. Ich gehe rein in den Lachs. Ich gehe rein in den Lachs. Aber das... Oh, ich bin wieder weggedrückt. Digga, was ist denn mit dir los? Digga, scheiße. Weil ich schwind mit der Lasse Creme de la Creme. Der macht so hart dran oder nachher geht der wieder. Der geht wieder rein. Ich bin ja auch irgendwie mit dir da drin. Jackson 5, Mann. Elem. Oh, Fabinho ist gut. Das ist wie ein Walkout. Jackson, den in. Das ist besser als ein Walkout. Ui, Ehre. Ehre. Ehrenpfeif. Der kann sich den ins Ohrschloch stecken. Oh, wants to watch Walkout. Brandt. Digga, ich habe Reus gedacht. Ja, oh, wants to watch, Alter. Frisch gewechselt auf die Malediven, Digga. Lechse von L.M. zu Tim. Bro Army. Der ist halt L.M. Sag ihr eh hierzu, meine Gefühle sind nicht so fertig. Ich habe voll geglänzt. Adieu, Adieu. Adieu. Ich bin die Nummer 1, Mann. Ich bin die Nummer 1. Sie��. Der ist eben die Nage. Ich mache mich. Das ist.. Das ist die Nage. Ich bin's. Das ist die Nage-Nage. Das ist die Nage. Das ist wie wir sagst. Das ist die Nage-Nage. Das ist die Nage. Vielen Dank.